Den Ort des Desasters nur noch verlassen. Für die deutsche Nationalmannschaft ist der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung schon nach der Gruppenphase zu Ende. 0 zu 2 gegen Südkorea. Erstmals in der 84-jährigen deutschen WM-Geschichte heißt es Heimflug nach der Vorrunde. Für die nach Russland mitgereisten Fans unbegreiflich. Das war das schlechteste Ergebnis, was Deutschland hier eingefahren hat. Als Gruppenletzter fahren wir nach Hause, schade. Aber es war Schlafwagen, Fußball und ich muss sagen, wir haben es nicht besser verdient. Technisch alles okay, alles schön, Alibi-Pässe, das reicht aber nicht. Nicht mal gegen Südkorea, es reicht einfach nicht. Das ist eine Frage des Wie, wie scheidet man aus oder wie spielt man. Aber heute war das eine Offenbarung. Auch auf der Berliner Fanmeile half alles Zittern und Hoffen nicht. Bei den über 100.000 Zuschauern herrschten Fassungslosigkeit und Trauer über den blutleeren und teils indiskutablen Auftritt der DFB-Elf. Wir haben gespielt wie arrogante Weltmeister. Wir sollten spielen, wie Deutschland 2014 gespielt hat, wie eine Mannschaft. Und das haben wir nicht gemacht. Der Zusammenhalt, die Harmonie, Zusammenspiel hat überhaupt nicht gestimmt. Jeder hat an sich selber gedacht. Als erstes würde ich ein komplett Neuaufbau starten und mit dem Trainer anfangen. Die WM startet am Samstag mit den ersten Achtelfinals in die heiße Phase. Die deutschen Fans müssen dann ein anderes Land unterstützen. Das sind die Arbeitslinien. Die Menschen nochmal verbunden. Dieon sind dann auf lücken. Die haben wir angeh Via.